Willkommen zur Ökobilanz. Die Ökobilanz kann helfen beim Aufzeigen von Möglichkeiten zur Verbesserung der Umwelteigenschaften von Produkten in den verschiedenen Phasen ihres Lebenswegs. Sie kann auch helfen zur Information von Entscheidungsträgern in Industrie, Regierungs- oder Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel bei der strategischen Planung, der Prioritätensetzung, Produkt- oder Prozessentwicklung oder entsprechenden Neuentwicklungen. Sie kann aber auch helfen beim Auswählen von relevanten Indikatoren der Umwelteigenschaften einschließlich der zugehörigen Messverfahren. Und sie kann auch beim Marketing unterstützen, beim Implementieren einer Umweltkennzeichnung, beim Entreffen einer Umweltaussage oder beim Erstellen einer Umweltdeklaration für ein Produkt. Methodisch besteht die Ökobilanz aus sogenannten vier Schritten, hier dargestellt. Der erste Schritt ist die Zieldefinition, der zweite die Sachbilanz, der dritte die sogenannte Wirkungsabschätzung und der vierte die Auswertung. Alle diese Schritte sind iterativ zu sehen. In weiterer Folge möchte ich auf diese vier Schritte näher eingehen. In der Zieldefinition ist Folgendes anzugeben. Die beabsichtigte Anwendung, die Gründe für die Durchführung der Studie, die angesprochene Zielgruppe, das heißt an wen sich die Ergebnisse der Studie richten sollen und ob die Ergebnisse für die Verwendung in zur Veröffentlichung vorgesehenen vergleichenden Aussagen bestimmt sind. Der Untersuchungsrahmen sollte hinreichend gut definiert werden, um sicherzustellen, dass die Breite, Tiefe und die Einzelheiten der Studie widerspruchsfrei und für das vorgegebene Ziel hinreichend sind. Untersuchungsrahmen einschließlich der Systemgrenze und des Detaillierungsgrades hängt von dem Untersuchungsgegenstand und von der vorgesehenen Anwendung der Studie ab. Tiefe und Breite von Ökobilanzen können je nach der Zielsetzung einer bestimmten Ökobilanz beträchtlich schwanken. Zusammengefasst heißt dies der Anwendungsbereich, was wird untersucht, das Erkenntnisinteresse, warum wird die Ökobilanz eigentlich durchgeführt, die Zielgruppe, für wen wird diese durchgeführt und die Veröffentlichung, sind vergleichende Aussagen vorgesehen oder nicht. Festlegungen sind zu treffen, betreffend das zu untersuchende Produktsystem, die Funktion des Produktsystems oder im Fall von vergleichenden Studien der Systeme, die sogenannte funktionelle Einheit, die Systemgrenze, Allokationsverfahren, die ausgewählten Wirkungsindikatoren und die Methoden für die Wirkungsabschätzung und die anschließend anzuwendende Auswirkungen. Die Anforderungen an die Daten zu spezifizieren, Annahmen, Einschränkungen, anfängliche Anforderungen an die Datenqualität, die Art der kritischen Prüfung, die vorgesehen ist und natürlich auch die Art und der Aufbau des für die Studie vorgesehenen Berichts. Lassen Sie mich kurz noch ein Beispiel zur funktionalen Einheit bringen. Welcher Kühlschrank dieser beiden hier gezeigten ist denn ökologischer? Der linke mit der Energieeffizienz A plus oder der rechte mit B? Um dies zu beantworten, müssen wir vorab die sogenannte funktionelle, auf deutsch besser funktionale Einheit definieren. Sie legt fest, wie die Quantifizierung der angegebenen Funktionen, das heißt die Leistungskennwerte des Produkts sind. Die funktionale Einheit ist der Bezug, auf den die Input- und Outputflüsse bezogen werden und stellt die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Ökobilanzen sicher. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Ökobilanzen ist besonders dann kritisch zu prüfen, wenn unterschiedliche Systeme bewertet werden, damit die Durchführung derartiger Vergleiche auf einheitlicher Grundlage sichergestellt wird. Es ist wichtig, den Referenzfluss in jedem Produktsystem festzulegen, um die vorgesehene Funktion zu erfüllen, das heißt die Menge an Produkten, die notwendig ist, um die Funktion zu erfüllen. Im Rahmen der PEF Pilot Phase, sie hatte ich ja schon vorher erwähnt, wurden folgende vier Fragen festgelegt, die helfen, die sogenannte funktionale Einheit zu spezifizieren. Was, wie viel, wie gut und wie lange? Hier das Beispiel für eine Farbe. Die funktionale Einheit ist hier definiert als eine vollständige Abdeckung von einem Quadratmeter grundierter Außenwand für zehn Jahre in Österreich mit einer einheitlichen Farbe bei 99,9 Prozent Deckungskraft. Um auf das Beispiel unseres Kühlschranks zurückzukommen, ist ebenso wichtig, das was, wie viel, wie gut und wie lange. Auch ein Kühlschrank ist eine ziemlich komplexe Einheit. Diese Geräte verbrauchen Strom, ein Kompressor ist das Herz eines jeden Kühlschranks und manchmal gibt es zwei. Eine Heizung zum Aufdauen des Verdampfers, ein Ventilator, wenn das Produkt mit No-Frost-Technologie ausgestattet ist und so weiter. Es hängt also davon ab, wie viel Energie der Kompressor verbraucht, da er fast rund um die Uhr Kältemittel komprimiert und pumpt und gleichzeitig für eine optimale Temperatur im Gefrier- und Kühlraum sorgt und vor allem natürlich auch, welche Kältemittel verwendet werden. Als funktionelle Einheit eines Kühlschranks kann die Nutzung eines Kühlschranks während eines Jahres und einer gewissen Temperatur bei einer gewissen Größe gewählt werden. Dabei werden auch die nötige Unterhalt und Entsorgung mit einbezogen. Diese Abbildung zeigt Ihnen ein idealisiertes Modell der Produktsysteme mit Festlegung der wichtigsten Elemente physischer Systeme. Die Systemgrenze, als erstes hier in grün dargestellt, legt die Prozessmodule fest, die in das System mit einzubeziehen sind. Im Idealfall sollte das Produktsystem so modelliert werden, dass die Inputs und Outputs an seinen Grenzen Elementarflüsse sind. Die Modellierung hängt von der Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens der Studie ab. Ein Elementarfluss ist Stoff oder Energie, der bzw. die dem untersuchten System zugeführt wird und der Umwelt ohne vorherige Behandlung durch den Menschen entnommen wurde. Es kann auch ein Stoff oder Energie, der bzw. die das untersuchte System verlasst und ohne abschließende Behandlung durch den Menschen an die Umwelt abgegeben wird sein. Ein Abschneidekriterium ist eine Festlegung der Stoffmenge eines Energieflusses oder des Grades von Umweltrelevanz, die oder der mit Prozessmodulen oder Produktsystemen verbunden sind, welches von einer Studie auszuschließen sind. Wichtig für die Zieldefinition ist auch die Festlegung der zu behandelten Umweltindikatoren, hier dargestellt auf der rechten Seite. Umweltindikatoren sind beispielsweise die globale Erwärmung, der Ozonabbau, Humantoxizität, Feinstaub, Versauerung, Eutrophierung, radioaktive Strahlung, Ökotoxizitäten, photochemische Ozonbildung, die Erschöpfung der Ressourcen, Wasserknappheit oder Landnutzung. Wichtig bei den Umweltindikatoren, die verwendet werden, ist, dass auch die zugehörige Methode angegeben werden muss. Das GmbH oder GWB eines Gases gibt an, um wie viel mal stärker oder schwächer es im Vergleich zu CO2 einem Gas zum Treibhauseffekt beiträgt. CO2 hat laut Definition ein Treibhauspotenzial von 1 bei 100 Jahren Verweildauer in der Atmosphäre. Wichtig bei den Umweltindikatoren, die verwendet werden, ist, dass auch die zugehörige Methode angegeben wird. Beim Beispiel vom Treibhauspotenzial ist dies zum Beispiel die IPCC 2013 Calculation Method. Danke für die Aufmerksamkeit. Beim nächsten Teil setzen wir mit der Sachbilanz fort.